Gesäß Wir platzieren den TMX Original gezielt an deiner Schmerzstelle im Bereich deines Gesäßes und stützen uns mit gestreckten Armen hinten ab oder legen uns entspannt auf dem Boden. Verhärtete Gesäßmuskeln oder ausstrahlende Schmerzen entlang des Beines kannst du damit verbessern. Dein gesamtes Körpergewicht drückt nun auf deinen TMX. Versuche bitte zu variieren, um nicht über deine Schmerztoleranz gehen zu müssen. Um den Druck zu mindern, kannst du dich ganz normal auf den Rücken legen. Mobilisiere deine Gesäßmuskulatur, indem du dein Bein abwechselnd langsam anhebst und ablegst. Die Übung sollte 5 Minuten andauern. Nach der Anwendung kann es zu Reaktionen kommen, wie zum Beispiel Muskelkater, leichte blaue Flecken oder Erstverschlimmerung. Dies sind normale Reaktionen bei Muskelbehandlungen. Zum Schluss kannst du deine Gesäßmuskulatur optimal dehnen. Die linke Variante zeigt dir die intensivere von beiden. Triggern, mobilisieren und dehnen. Die beste Waffe, um verspanntes Gewebe zu lösen. Das ist eine große Bedeutung. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.